Ich bin jetzt beim Rompkehörner Wasserfall. Der dritte Anlauf und das im Regen. Von ganz oben noch mit. Ich muss mal sehen, ob ich es noch ein bisschen besser kriege. Da ist er von ganz ganz da oben. Mittlerweile bin ich im Radau Wasserfall. Und hier ist die Gaststätte Radau Wasserfall. Gleich gegenüber. Hier gibt der Abfluss rein über die Straße in den Bach. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.